Du musst Unu kaufen? Oh, Schlotzi! Wie kann man denn bei sowas schon überfordert sein? Halt mal die Klappe kurz. Halt du doch mal die Klappe. Da war Dalu jetzt gerade angenehmer. Ja, manchmal braucht man ja einfach eine Toro-Pause, das kann ich verstehen. Ja, ich komm jetzt. Toro the Fat Boy? Was ist mit dir? Ja, ich bin ziemlich fett. Warte kurz, ich muss kurz was erledigen. Ein paar Sekunden später. Das passt alle noch. Du bist leider dicker Hintern. Was? Du kleiner dicker Hintern. Ich hab voluminösen Pute, den jeder gern hätte. Okay, ich starte dann jetzt mal. Kein Geld. Auf zu lachen! Oh, jetzt wird mit Jen getauscht. Du bist nur eine. Ich hab diese Lache so vermischt seit Mittwoch, ne? Mhm. Suki hat übrigens gelb. Suki hat gelb. Suki hat gelb und einmal Farben aussuchen. Wow. Suki hat ist gelb. Suki hat gewonnen. Mann, ey, so ne Scheiße! Warum nicht aussetzen? Nein! Das ist doch kackt Kacke mit der Sieben! Suki! Mach die Sieben raus! Wir arbeiten unsere Karten ab! Das ist voll scheiße! Ich finde das so lustig! Halt deinen Maul! Hansel, bist du ein bisschen aggressiv? Ne. Was soll ich denn tun? Wenn sie mitspielen? Wir müssen wieder einen Schall haken, weil du so ruhig bist. Halt den. Und wenn er denn? Und noch eine Karte. Und noch eine Karte! Und noch eine Frage! Meine Fresse! Meine Karte! Warum? Was ist das? Oh, oh. Oh, Gott. Wie wär's mit Aufnehmen? Was ist das? Ich muss aufnehmen, nein! Wow, Joko, du willst mich aufnehmen, die Hauptscharren zu haben. Ach, schön. Oh, mein Gott. Immer anfechten. Immer anfechten. Immer anfechten. Ach, Doro, jetzt lachst du noch. Ich hab halt nur gesehen, was passiert. Immer anfechten. Du bist ein Idiot. Oh, mein Gott, nein, was war das? Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Oh, nein, Tim. Oh, mein Gott, okay. Immer anfechten. Immer anfechten. Nee, darf nicht. Blau, gelb und rot. Kein grün. Wir könnten aber auch einfach ziehen. Oh, nee. Nice, Hoko. Ist gut. Ja, aber ich hätt gern wieder die Karten. Ey, wieso nimmst du nicht Taurus-Karten? Hier, so, jetzt weiß keiner mehr, was er hat. Uff. Oh, der hat die Kuno gesagt. Ich hab draufgeguckt, was hat die Kuno gesagt. Ähm, ja. Ich glaub, das haben sie nicht. Oh, mein Gott. Er hat grün, er hat grün. Aber toll, nee, hab ich nicht. Das ist ne Lüge. Oh, mein Gott. Oh, ja. Was, nein? Der hat den grün, der hat den grün. Oh, nein. Das muss mal fallen ziehen. Oh, das ist super unfair. Oh, jawohl, was ist denn? Ne kurze Runde entspannt. Uno spielen. Nö, und nicht gelb. Blau oder grün? Blau oder grün, Taurus? Keine Ahnung. Oh. Oh, mein Gott. Nein, Nola. Halt, du hast nichts gesagt. Oh, mein Gott, ey. Ach, wie schön. Noch eine Runde, oba? Ey, mal anfangen. Das ist aber sehr schade, Taurus. Was soll das denn? Guck mal, hier mal ein ganzes Männchen in meinen Arm. Hä? Ah, das ist aber schade. Ne. Hä, warum? Was ist das für ein Quatsch? Guck mal, Jen. Also, Jen, bist du jetzt richtig sauer? So mit Z, so richtig zornig, du bist sauer? Bist du ein Bipi? Zwei. Zwei. Plus zwei. Das ist ja auch gar kein Problem. Bist du bereit zum Anfechten? Ne. Oh, der gebläbt hat nur Gelb auf der Hand. Das ist aber schade. Warum? Ja, natürlich. Gar kein Problem. Das ist ja auch gar kein Problem. Das ist ja gar kein Problem. Das ist so ein Müll. Ja, viel Spaß damit. Ich habe nicht auf die Nummer geachtet. Was halten die davon, Gabe? Ich hab die hier auf die Nummer geöffnet! Scheiße! Das ist nicht gut! Möchtest du zwei gelbe Karten? Ja, ich nehm die! Nimm du die! Okay! Welche Farbe hat sie denn? Welche Farbe hat sie denn? Gelb! Das ist schlecht für dich, Toro, ne? Ja, wir haben beide! Die haben beide Gelb, Jen! Die haben beide Gelb! Du musst die Bombe ziehen! Lieber du als ich! Scheiße! Ach Gott, das geht wieder los! Es endet einfach nicht! Es endet einfach nicht! Natürlich! Ist auch gar kein Problem hier! Super, so gut! Oh Gott! Ach, Jen! Mann, das ist so ein widerliches Drecksspiel! Jen hinterfragt gerade ihre ganze Existenz! Sie ist einfach schon gebrochen, so Juno! Ey, das ist doch schon wieder Scheiße! Ich hab so gute Karten abgesehen von der Scheiße hier! Oh Gott, warum? Warum denn Jen? Moment! Oh mein Gott! Okay, was hat sie? Sie hat irgendwie... Okay, sehr gut! Nein! Sie hat... Sie hat... Sie hat die letzte Karte... Sie ist so eine schwarze Karte! Sie kann auf alles legen! Wirklich? Sie hat die Bombenkarte! Sie kann auf alles legen! Bitte! Hast du plus zwei? Hast du plus zwei? Ja! Mach plus zwei! Mach plus zwei! Mach plus zwei! Mach plus zwei! Oh, mein Schiff! Was ist das denn? Niemals! Niemals endet das! Weiter geht die Runde! Ne! Ey, Zuki! Mach noch mal was im Wartenstacken! Kann ich nur fremdeln? 2 Liter Geschirr für deinen Prime-Sub. Nun. Oh Gott, gleich gewinnt. Ich kann nicht mehr es. Ich spreche es an. Ach so, ich war dran. Oh mein Gott, ich habe vergessen zu spielen. Ich meinte schon, du bist so ein Boomer, dass du vergisst zu spielen. Ja, ich dachte, Suki wäre dran. Oh Mann. Ähm. 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 Was? Oh no. Mhm. Oh mein Gott. Boah, Alter. Kann ich aufhören. Immer anfangen. Nee, nicht wenn er gezogen hat. Let's go. Oh, das war's. Okay, das fängt doch mal an. Suki, vier. Suki, sag mal, also, ich hätte da einen Vorschlag für dich. Oh mein Gott. Suki. Suki. Äh. 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 Oh immer Oh, mein Udo ist gerade ausgegangen. Oh, irgendwas ist hier gerade passiert? Weiß nicht, irgendwie ist hier gerade so. Mein Uplay ist abgestürzt. Meins auch. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier ist. Ich habe gar keine Ahnung, was hier passiert. Mein PC überhift gerade. Willkommen. Jetzt noch eine Bonusrunde. Viel Spaß.